Hallo liebe BikeTV Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir sind hier am Rocky Mountain Stand auf der diesjährigen Eurobike und ich darf euch das Highlight der Eurobike präsentieren, unser neues Slayer. Lange drauf gewartet, endlich da und zum shredden, zum Big Mountain und Bikepark fahren konzipiert. Einstiegspreis 5400 im Alu-Modell, Rahmenset Vollcarbonrahmen mit einem Fox DRX 2 Dämpfer drinnen bei viereinhalbtausend. Features wie Penaltybox, Lunchbox, wie man es auch immer nennen möchte, Storage Room mit zwei Taschen drinnen, Werkzeug verstauen, eure Elite-Karte, Schläuche etc. Dann könnt ihr alles im Unterrohr verstauen. Wir haben die Geometrie angepasst, wir haben jetzt auch im Vollcarbonrahmen auch einen Carbon-Hinterbau, der noch steifer ist wie der bisherige. Flipchart für die Wheelbase zu verlängern. Wir haben das altbewährte Ride4 System mit drinnen. Ihr könnt das Rad als Mullet fahren, also 29 vorne, 27,5 hinten, aber genauso gut 27 vorne und hinten oder eben als 29er. On top ist zu sagen, das Rad ist natürlich auch Doppelbrücken-Federgabel-tauglich. Wir können damit also quasi auch 29 vorne oder eben 27,5 Zoll für die Drixer unter euch einbauen und shredden, was das Zeug hält, Spaß im Bikepack haben und wer noch mehr haben möchte, bike.com, klickt das Layer an. Bis dahin, viel Spaß und danke fürs Zuschauen. Bis dann, ciao.